und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freund des gepflegten klemmersteinbaus heute mal wieder mit einem set von reo bricks und zwar der 688 nummer das bow tail aus der technology reihe also eine cabrio limousine das ganze ist im speed champions ähnlichen maßstab also acht knoppenbreit und man hat hier 417 teile für 15 euro wenn man es in deutschland kauft wenn man es aus china kauft dann eher für 10 euro ihr seht ja schon an der verpackung bei mir ist es mal wieder chinesisch geworden und ich habe das ganze selbst importiert deshalb ist auch keine original verpackung dabei und genau deshalb machen wir den beutel auch ganz schnell auf und schauen uns an was sich darin verbirgt wer jetzt gesagt hat es werden steine tüten sein der muss ein wahrer wahrsager sein das ganze ist auf jeden fall nochmal in einer bauabschnittstüte auch wenn wir hier natürlich keine getrennten bauabschnitte haben es gibt nur einen und auch die mache ich jetzt natürlich auf und daran befinden sich dann nochmal diese sechs einzelnen tüten also die bauabschnittstüte hätte man sich gerne sparen können über die steilequalität reden wir natürlich wie immer wenn wir auch wirklich etwas gebaut haben und dann befindet sich noch dieser teile trenner drin da haben wir ja bei reo bricks immer eine relativ besondere form ich muss sagen ich arbeite lieber mit anderen teile trennen und natürlich haben wir hier dann auch noch die anleitung diese ist völlig designfrei leider sie ist klammer gebunden es wird ausgegraut was schon gebaut wurden und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt auch haben wir so eine punktartige codierung ähnlich wie man das von mega blogs kennt veli ist dir klar dass es nur noch mega heißt und insgesamt haben wir für die 417 teile 68 bauschritte auf 25 seiten verteilt bis das ganze dann fertig ist auch eine teilliste ist dabei wenn ihr das ganze noch länger betrachten wollt haltet euch das video gerne an auf der rückseite ist dann nur noch mal der technology schriftzug auf schwarzen hintergrund und mehr gibt es auf der anleitung nicht mehr zu sehen dementsprechend würde ich sagen ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder 20 bauschritte später ist doch schon ein wenig fortschritt zu sehen und man muss sagen bisher ist das alles richtig richtig stabil gebaut wir haben hier keine speed champions basis im eigentlichen sinne sondern wir bauen das alles selber aus plates und wir haben hier ohne luft zu umbauen viele plate schichten aufeinander gestapelt so dass das hier wirklich bomben festhält bei der front haben wir eine bautechnik die wir zwar bei speed champions öfter mal sehen aber ich habe da immer wieder freude mit besonders wenn sie so gut gemacht ist wie hier wir haben hier drin zwei brick modified und bauen uns einzeln diese konstruktion mit vier sie klemms insgesamt die wir dann hier einfach drauf stecken und auch hier sieht man das ist auch stabilität gebaut durch die vier sie klemms wackelt hier gar nichts rum wenn man da jetzt nur zwei genommen hätte um sparsam zu sein dann hätte das ganze schon anders ausgesehen das ganze wird jetzt auch noch mal überbaut umso stabiler wird es auch der 48 bauschritt ist schon vorübergezogen und dabei ist bisher wirklich sehr sehr spaßig und kurzweilig die steine qualität gefällt mir bisher auch sehr gut sie lassen sich gut verbauen wir haben eine ordentliche klemmkraft das ist jetzt nicht auf top niveau aber es ist ein ordentliches baugefühl mit einer ordentlichen klemmkraft und es gibt keine qualitäts ausreißer die fließen sind zwar etwas angekratzt und sehen leicht abgegriffen aus ich muss aber sagen das gefällt mir hier noch deutlich deutlich besser als bei manch anderen herstellern dass die fließen so ein wenig diesen look von gebrauchten dänischen steinen haben haben ja leider sehr sehr viele hersteller das problem aber ich finde hier hält es sich noch in grenzen und es sieht weiterhin sehr gut aus auch das was wir bisher vom fahrzeug gebaut haben gefällt mir schon sehr bei der front fehlt nur noch die motorhaube die seiten sind so gut wie fertig das interieur und die sitze sind schon komplett gebaut wir haben hier keine sticker aber auch keine prints dabei und das einzige was ich optisch bisher leicht störend finde also das wirklich die betonung auf leicht ist die positionierung der türgriffe ich habe mir noch mal das original angeschaut und ja dieses fahrzeug ist natürlich an den rolls royce boat tail angelehnt bei dem sind die griffe würde ich sagen eher hier wenn sie um eins nach hinten versetzt worden wären hätte das finde ich besser geklappt aber das ist ein vergleichsweise kleiner kritikpunkt ich finde es schön dass sie hier überhaupt die prägnanten silbernen griffe angedeutet haben ich hoffe der bau bleibt genauso spaßig und das fahrzeug wird am ende genauso schön wie man es jetzt schon erahnen kann und dementsprechend bauen wir das ganze doch zu ende sag mal gehörst du etwa zu den 72 prozent zuschauern die sich regelmäßig valleybrick videos ansehen aber nicht abonnieren dann solltest du schnell ein abo da lassen so jung und doch schon so weise fertig ist also der nicht rolls royce boat tail erinnert mich ja die ganze zeit so ein wenig an ducktales und ich glaube den geld speicher könnte man auch hier benötigen wenn man das echte vorbild zumindest kaufen möchte hier bekommt man das ganze ja zum glück ein ganzes stückchen erschwinglicher trotzdem haben sie den glamour des echten fahrzeugs hier wirklich wirklich gut umgesetzt meiner meinung nach so gut wie es eben in der speed champions größe geht als kleines detail gefällt mir auf jeden fall vorn noch mal wo eigentlich das rolls royce zeichen wäre diese goldene einer round plate und ich finde auch diese silber golden felgen sehen sehr 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 gut auf den fahrzeug aus wenn ich mich entscheiden müsste wäre die front wohl das schwächste am fahrzeug wobei man auch hier sagen muss so sehr anders als das original sieht es nicht aus die motorhauben partie gefällt mir sehr gut und auch der übergang zur seite ist hier wirklich gut gelöst das einzige was mich stört das haben wir schon besprochen ist der türgriff aber das lässt sich alles noch verkraften die heckpartie ist dann wirklich wieder sehr sehr ähnlich wie das vorbild der kofferraum ist ja natürlich etwas komisch gelöst ihr seht aber gleich noch warum und es sieht jetzt auch nicht schlechter aus als beim vorbild den innenraum habt ihr ja soweit schon gesehen da gefällt mir auch ziemlich gut ich hätte halt gerne wieder sitze dabei gehabt hier haben wir nur diese angedeuteten gebauten sitze hier war die optik dann wichtiger als die funktion und wir haben ja hier sowieso keine figur dabei die wir reinsetzen könnten deshalb kann ich damit auch gut leben zu dem fahrzeug haben wir dann noch dieses schirmchen hier und dieses schirmchen gehört zu einer zentralen funktion die wir noch in diesem fahrzeug haben die auch dem originalen vorbild dem rolls royce bowtail nachempfunden wurde denn wie auch beim rolls royce können wir hier hinten den kofferraum aufklappen das geht auch beim originalen vorbild jeweils nach oben in die mitte zu klappen und wir können auch hier noch die fliesen rausnehmen und dann hat man hier verschiedene teile drin liegen teilweise lose man hat die gläser hier dabei die flasche und die zwei round teils hier unten und der sinn davon ist dass wir natürlich hier sachen im kofferraum haben die wir rausnehmen können und dann kann man hier ein extravagantes picknick am rolls royce bowtail machen denn wir können den sonnenschirm reinstecken und wir können mit den in kofferraum eingelagerten teilen zwei kleine tischchen bauen und eben auch die flasche und die gläser hier positionieren meiner meinung nach durchaus eine ganz nette funktion dadurch dass das ganze aber hier doch sehr friemelig ist wird man das einmal als gag machen und dann wahrscheinlich nie wieder aber mir gefällt das ja immer wenn man dann in einem so kleinen maßstab so etwas wie einen funktionierenden kofferraum eingebaut hat die zweite funktion die wir natürlich immer bei speed champions ähnlichen fahrzeugen haben ist dass sie rollen können diese hier rollt aber wirklich nicht gut wir haben da einen sehr sehr starken widerstand und man muss da wirklich kraft aufbringen um damit zu fahren den anschieben so dass er weiter rollt ist so gut wie nicht möglich das finde ich sehr schade ist aber denke ich durch andere pins leicht zu beheben die anleitung war sehr einfach und hat keine fragen aufgeworfen das hat durchgängig spaß gemacht und die teilequalität ist genauso wie im zwischenbauschritt beschrieben also da gibt es auch keine beanstandungen über das design haben wir ja schon gesprochen und hier muss man sagen wenn einem das original gefällt was sicherlich nicht bei jedem der fall ist dann wird einem auch diese nachbildung hier gefallen und rio briggs hat das für den maßstab wirklich gut umgesetzt mit einer netten idee beim kofferraum die natürlich eher eine kleine spielerei ist als eine super ernst zu nehmende funktion ich hatte auf jeden fall spaß mit dem fahrzeug und dementsprechend bekommt das ganze auch von mir eine kaufempfehlung wenn du dieses set selber besitzt dann schreibt wie immer gerne eure malung dazu in die kommentare und welches video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und abo daumen zukunft nicht mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein euer wedi prick